Hoho, klar feiere ich jedes Kilo mehr an Gemüse, das Alice hilft zu ernten. Alice kommt aus Belo Horizonte in Brasilien. Dort ist die Schere zwischen Arm und Reich so groß wie an kaum einem anderen Ort der Welt. Alice und Miserio unterstützen die Menschen hier, Gemüse und Obst auf ihren Dächern anzubauen und daraus ein erfolgreiches Geschäft zu machen. Dank Miserio haben die Stadtbauern von Belo Horizonte eine Zukunft, die Früchte trägt. Great News. Entwicklung wirkt. Vielen Dank.